Musik Keine Syltifizierung, nicht auf Sylt und auch nicht anderswo! Keine Syltifizierung, nicht auf Sylt und auch nicht anderswo! Wir werden den Ausverkauf von Sylt verhindern! Wir werden die Immobilienhaie dieser Insel zu Fischmäe mahlen! Musik Was sagst denn du dazu, Rohrler? Was ist mit dem Haus deiner Eltern? Oder willst du das verkaufen lassen? Keine Syltifizierung, nicht auf Sylt und auch nicht anderswo! Keine Syltifizierung, nicht auf Sylt und auch nicht anderswo! Musik Oh nee, jetzt hält Jun! Musik Moment, wir könnten unser Angebot nochmal erhöhen, um maximal 100.000 Euro! Mein lieber Eddie! 200.000! Das Haus hat mein Urgroßvater gebaut! Dein Urgroßvater ist 1926 gestorben, den hast du nie kennengelernt! Und unser Angebot liegt eindeutig über dem Marktwert! Nur das Haus ist rott! Warum gehst du nicht einfach zum Teufel, Eddie? Der braucht Leute wie dich! Kannst auch deinen Auftraggebern ausrichten! Musik 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 Kannst du noch mal die Rendite-Prognosen kontrollieren? Ja, ich habe einen Termin mit dem Carstensinn von De La Fries gemacht, aber im Prinzip ist die Sache ja geklärt, oder? Jo, danke, ciao. Warum scheiß fucking Sylt? Hätten wir ja gleich Urlaub im Keller machen können. GRDW Global Kremmer hier? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, absolut, ja. Ja. Ja.